Halt's Maul jetzt! Und damit herzlich willkommen zurück zu Road to Gold. Heute zocken wir mit dem X-Reichen als Lissandra. Hallo. Jo, X-One als Ezrael. Dachchen. X-Sharken als Elise. Ich spiele das gar nicht viel. Und X-The-Jungler als Eternum Nocturne. Hallo. Ja, und ich spiele die Janna. Das ist unser viertes Match jetzt. Ich sag mal, sollten wir hinklingen. Wir waren erfolgreich. Ja, wir waren sehr erfolgreich bisher. Oh Gott, ey. Das kann auf jeden Fall eine lange Road to Gold Jam. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Ich bin der Best-Invader. Oh ja. Lass uns weit weg, wenn wir sterben, dass ich nicht sterbe. Best-Invader. Gut, gell? Oh mein Gott. Wie gut. Wie gut. Von der Skala von 1 bis 10, hä? 12, oder? Pössler? Ja. Kannst du dir 30 Sekunden mal wieder da Neiss jetzt überfallen? Wegen dem Blitz? Ja, mach ich. Wegen dem Blitz. Jetzt geht mit meinem Schild als erstes. Oh mein Gott, warum schauen nicht so viele LCS und spielen jetzt Charmantop? Why? Extra für dich. Lass, ich schloss dir, bitte komm schenken. Okay. Meine Ult kommt schon. Ja, die kommen. Wenn sie kommen. Gibt's Wodka, oh. Ja. Ja, geht hier rüber zu dir, Renblu? Wenn sie kommen. Sorry. Protect the yo, X1. Cause I feel like a self. Hey. Waren wird's los. Charm, kommst du? Du weißt ja, weil das war keiner. Das geht da weg, Junge, ich will nicht sterben. Sterbe schon nicht. Okay, wenn du, okay, wenn du da jetzt sterben, muss ich mir den Udi-Skin kaufen. Ja auch. Ja auch. Soll ich Alter jetzt schreiben, dass sie kommen sollen? Ja, mach mal bitte. Das ist ein Schaden, oder? Wir kriegen beide ein Skin geschenkt. Ja, da bin ich auch du für scheiße auf Aufnahme, Hauptsache Udi-Skin. Ich schade nicht unter Genlans, von dem her. Surrender. Alter, was war das denn? Was war das denn? Das war mein Hund, Alter, hat er mich erschreckt, der hässliche Köter, Alter. Ach, hat sie angehört, als ob der stirbt. Ich hab's nicht draufgedreht. Alla, der mich erschreckt, der war ein Ten, den wir daneben, der dreckst du, Alter. Pass auf, pass auf, pass auf. Gut. Alla, scheiße, Herzinfarkt. Hopp geworden. Ups. Hättet ihr ihm ein Schild geben können? Ich ahne, ich komm ganken. Au. Okay, die haben unseren Bus hier gewartet, ne? Kannst du kurz gucken, ob die den... Oder ich geh schon. Au. So, wir haben mal eben kurz mein Cookie essen hier. Jetzt schon. Ja, aber warum nicht? Wenn schmeckt. Nom 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 nom. Ja, okay, Sejuani ist da. Ja, was ist Lee? Die hat Geist aktiviert. Oh. Nice. Und die ist vor die Wand gelaufen, oder was war das? Ja, muss mal machen. Ach, forsch, first blood, ganz klar. Like, äh, Sean, dein Mikro ist bei der Überleuze. Ach, nix. I don't understand you. Mhm. So, dann wollen wir den mal geben. So gibt's ja wieder heute Fahrt aufs Mauer. Ja. Hast du gesehen, wie viel den das abgezogen hat? Weil wir sind fast tot. Mindestens. Ich hasse einen Blitzcrank. Also zumindest Gegenden zu spielen. Warum? Ich komm botlenke, ich bin gleich da. Okay. Okay. Okay, Sejuani top. Okay. Bin wahrscheinlich tot. Jetzt komm ich los, 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 los. Na, war mein. Schubt. Wow. Ja, aber okay. Der Trade war gegen uns, aber... Egal. Ja, pass auf den Blitz auf. Kann sein, Sejuani kommt mit, pass auf, wie. Ja, ja. Hm, 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 hm. So. Nice. John, hat der Wort? Kat? Äh, einen, aber den hat er schon gesetzt gehabt, also der müsste weg sein. Okay. Enttäuschung. Wer hat Javentop gezockt, Sean? Nie enttarnt, so. Okay. War das mit Javentop? Irgendjemand hat ihn gespielt und ich hab gefragt, wer. Okay. Ich bin nicht weg. Sean, riechst du mit deiner Ehe? Ja. Okay, go. Oder auch nicht. Das ist ein bisschen kacke, dass ich dich nicht halten kann hier unten. Ich hab ihn. Guten Tag. Und du auch. Ich hab's ja gesagt, Alter, wir brauchen neue Jungler. Da ist er, Alter, der Superstar. Pass auf, der Mann. Gut. Dann kommen wir. Jo, dann geh ich auch mal weg. Schau mal, was ich mir schon kaufen kann hier. Oh. Schlachtest du ein Tier da, oder was ist da los? Ich mach den jetzt runter, Alter. Ich bin ganz kurz weg. Ich komm klein. Ach, ich trottel, ey. Jetzt hab ich keine Wards mitgekauft. Ich warte noch eben kurz hier, bis ich einen hab. So, wie sieht's da aus? Der Pimmelt nur rum. Mhm. Da ist auch Action. Jarvan Rush, Tick, Strinker. Okay. Bottom weg. Warum bin ich so langsam? Das ist doch endlich. Ich weiß, ich leide nichts für sie. Hm, ich stell mal ein Ward hier hin. Ja. SS. Niauuu. Einmal Aluminium 2. Ich hab Ulti jetzt. SS. Okay. Der Busch hat zum River hin ist gewartet. SS. Wo ist Gott geworden? Ähm, River. Ich versuche nicht. Hm, nicht dass ich wüsste. Der Busch hat. Also, hab ich nicht gesehen. Ich hab auch leider gerade keine Wards, dass ich... ...der mal gucken könnte. Jarvan, ist es. Hier kommst du Blue. Ja. Ich hab das Klima hier, das Ding anehmend, die Falle. Die auch. Ja, knapp. Was ist das? Ja. Achtung, schau. Ja, Cassio hat geflasht. Bin tot. Okay. Cassio, keine Ulti, kein Flash. Okay. Ignite auch weg. Lass, ich hab keine Wards mehr. Ja, ja. Also. Also. Okay. Schau, wieder weg? Ja, komm. Ja, die Range ist so kurz von der Kuh. Außer, du musst halt Collateral Damage. Schau, wieder weg. Willst du da auch nicht weggehen? Nee. Oh Gott, dann bleiben wir noch. Oh. Nice. SS, Jarvan. Ja. Sit, Jarvan, hier unten. No. Ciao, Nuri. Man, ey. Boah. Ich clear mal eben noch die Scheiße hier. Obwohl, nee. Nicht, dass Blitzkrieg mich jetzt gleich raus. Ich komm Botlane, jetzt bleib noch kurz da. Ich hab Ulti über die. Ja, ich komm auch. Jarvan, keine Ulti und keine Ignite. Ja, Botlane ist Essily, pass auf. Ja, Botlane ist weg. Ja, Cassio ist hier. Ja, okay, mach. Die Lanung geht. Okay, warte. Okay, die Schüter da. Ja. 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 Blitz. Good job. Boah, fuck. Ja, wie war's bei der Ulti? Äh, ist jetzt schon einer Ulti. Die hat's grad gejustet. Ja, Fels, komm weg. Fels, lauf weg. Ich komm weg. Cassio noch, Mitte. Ja, Jarvan ist Ess. Okay, lass weggehen. Gut. Alter, meine Ulti hat eine Abklingzeit von über zwei Minuten. Krass. Krass, krass, krass. Die von Shen hat, glaub ich, sogar dreieinhalb. Okay. SS, Achtung, Char. Yo. SS-Bot. Wir können top-difen, wenn ihr wollt. Dive-thema. Blitz, wieder da. Vielleicht noch Mist. LOL. Botter da. Tch, tch. Wicht hin? Ich bin egal, brüchte einfach da. Sichuan geht in die Botlane. Okay. Mal was Neues. Mithauber-Vietnam, gehen wir gleich alle hin. Okay. Ja, die machen aber kein Damage. Ja, aber wirklich kein Damage. Schau mal den, ihr Blue. Müsst abseit, glaub ich. Ich weiß nicht, muss schauen. Ich kann das nicht. Ja, das geht schon mal. Pass auf, falls Char und runterkommt. Oh. Ich bin so ein scheiß Char. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh, fuck you, ihr Hurenzöhne. Ja, ich konnte nicht hin. Double Ult, kein Ult mehr. Char, wenn das so ist. Den beide kein Ult mehr. Dann sind sie auch nicht und Kassipay auch nicht. Okay. Good job. Und Char und wieder top. Lieb Blue, Char. Ja. Okay. Ich ruhe aber eben noch hier den... Char. Ulti, Ulti, Ulti ich wieder ready. Abzonen, ins. Es ist Char, ah, ne, in der Moment, der Schnatter. Da lasse ich immer ganz kurz. Obwohl, ne, ich brauche noch 120 Gold mehr. Es ist Mitte. Ja, top, brauche. Dann hole ich mir ein Pink Ward und das... Ward-Item-Upgrade. Kassipay. Halte kurz mit der Acke. Ja, mache ich. Hm, Kate. Du Schläpfe. Schau. 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 Meine ist wieder weg. Ich komme wieder Bord. Schau. Char, Ulti ist ready. Nice, wir haben den Wind. Auf den Hormons. Go. Kassi auch da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Good job. Ich versuchte hier, ihr Bot. Nein. Ja, die da sind hier. Okay. Zu viert, ihr Knull. Die Schnäpfen. So leid. Verschweiter, die machen Schöten. Schauen, lebt wieder. Guckt mal, ob der Blue da ist. Mhm. Sichuan, die Top. Schade. Sichuan überwälten. Okay. Man, ey. Das hat eigentlich gar nicht so verkehrt angefangen. Schilderst 4,6. Ja, wir führen aber immer noch. Ja, okay. Die Top-Shops. Vielmehr last hits. Und Tower. Oh, der Dragon ist auch da. Sehr schön. Ja, und die sind dumm. Kettling mit dir. Okay, Fassel, komm weg. Chau, wenn er das ist. Hehehe, them dodges. Hier, wo du gewartet? Ja. Kessier wieder mit dir. St. Giovanni ist hier unten. Oh, Kettler hat Draft gelegt. Passt auf, wir alle hier. Ja, das Blitzcrank, die wollen uns sagen. Ja, ich mach's gleich. Die wollen uns beten. Ich gehe doch eh in 10 Minuten. Blitzcrank hat hier vorne gewartet. 10 Sekunden bis eh. Ja, okay. Q ist raus von ihm. Ich gehe auf Kessier. Nice. Lol. Alter, der Kater springt hier um. Mach Drache einfach. Ja. Ja. Javan ist es. Schön, Javan ist hier. Geht lieber weg. Ah, helft ihm, helft ihm. Ah, nein, nein, nein. Sorry, da konnte man nichts mehr machen. War ich zu weit. Ach, du siehst du eigentlich auch da schauen. Ja. Ja, ich hab's gesehen. So. Ich komme mir in den RuneBall weg, ne? Blitzcranker in der Mitte. Gehört? Ja. Ja. Gut. Ich sehe du auch nicht beim BlueBuff. Sollen wir mal in die Mitte kommen? Mhm. Ich habe wieder Ulti. Ah, Blue. Ah, Blue. Ach, jeder. Trau und das ist. Danke. 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 Nr und immer eben schnell ach so die kommen vielleicht alle baut ja die kommen alle baut ja schau wir holen uns den Schaden gleich ja der ist hier ok die bohren hier komplett der hat eh keine Ulti mehr wegen gerade eben ok so Casio kommt ja komm zurück Satchio auch ok kate pusht bot blitz ist auch da pass auf da pass auf immer noch was es ist die Tourne kommt in die Bord Casio kommt in die Bord ja das Leben ein Schilder gestorben sehr schön m wir können mitnehmen beziehungsweise wir sollten ja solche Juden ey sowas aber nicht ich werde Gold gepoppt ja so dumm Akif pass auf ja habe keine Ulti ja ich gehe auch zurück ich kaufe ein Rot ok ich habe keine Ulti ja ich gehe auch zurück hö höh 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 hm hm warte mal ich gehe mal kurz weg und vor mir schrauben bitte noch ein ruby crystal ok ok blitz ist auf am bot alleine ne javan geht auch mit runter ok 500 deathcap äh ich split pusht dann oben mach das ja ok javan und Cassio in der Mitte ja die haben hier gewartet pass auf Achtung SS Pass auf Akif alle SS ja ok bin aufm weg schon kriegen wir dich da oben? ne ich mach mehr damage als die Cassio die durch QW halbes Leben wegbekommen so los was machen wir deren Ward in der Mitte ist gerade ausgelaufen hier im river lol ich bin in den Trip gedacht pass auf die kommen die kommen rüber die kommen rüber die kommen rüber Blitzcrank und Kate kommen von unten lol konnte ich meine eh nicht benutzen die ganze Zeit die sind beide oben wir können drauf ja ich bin tot nein egal auf geht's Lars ja Lars schön äh Cassio wieder da Achtung Lars lass mich tanken lass mich tanken nein das fuck ah shit alles noch offen kriegt mich nicht die Schnäpfe hm 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 was war das Lars? ich wollte dich anspringen also on leiser so ja er hat gezwungen Schauen ist es Blitz und Cage stehen beide da unten Ich springe über die Wand und töte Kate Ah, okay, die Leute Haben die den Ward hier gerade gecleared? Oder ist er abgelaufen? Ja, gecleared Also steht hier im Pinker Ja Das sind halt mein Ward um die Ecke gestellt Hier, auch noch ein grüner Okay Ich glaube, ich kaufe mir den Manorakel Lol Warum geht meine W net? Äh, das andere Lauf Lars Lars Ja Mal lieber vom Blitz Oh shit Okay Scheiße Alter Das war ein 5 für 0 Ace Hier rum Das war nicht so gut Das war nicht so gut Nicht meine Annähernd Lowlife Das war nicht so gut Bei Account in Ebay Ja Frech Das ist ein sehr starkes Jahrhundert Die 12-Jährige Wollenskirchen ist vorbei Nein, das stimmt Wobei es jetzt auch nicht gerade blendend aussieht, ne? Ja, wir haben null Kommunikation Akif wurde einfach gekonnt ich meine wir nicht bei den neuen von wegen Dings Fokus und so was jeder macht Römer was der Fokus Prozent akifte einen Nähe weh wurde von Chavans weggemacht ich bin kurz weg 2 eine Minute ja auch ja kann man machen auch hier mit dem er ist so gut geteilt dann kommt Blitz noch mit Blitz und Und Sejuani sind da noch irgendwo am rumgeistern, ne? Ja, Sejuani hier. Cassie und Sejuani mit, ne? Oho. Geht weg, weg, geht weg, geht weg. No, der Blitz. Jo. Tschüss. Ja, die nehmen uns einfach auseinander. Warum? Warum? Oh my God. Lars, geh nicht. Ja, mit Akis hat mir locker gewonnen. Ja, gut, dass wir mal eben AFK gehen. Das ist natürlich hervorragend. Oha, ich wusste gar nicht, dass die Jenna passiv nicht wirkt, wenn sie tot ist. Ja, was machen wir? Warten bis Akis da ist, farmen. War ja nicht schlecht, wir hätten eigentlich auch gewonnen. Kannst du bitte barren? Ja, du machst Akis. Ja, bin gerade unterwegs. Okay, Blitz ist hier. Lauf, ciao, und war untertopp. Ja, jetzt machen wir barren. Ne, clean inward. Ja, und dann machen wir barren. Ich kaufe mal ein Orakel. Ja, wir haben auf jeden Fall den besseren Farmen. Nein, machen keinen barren. Äh, Lars, red. Dankeschön. Alle, der Hund. Bestimmt ein Chihuahua, so wie ich schon anhört. Oder Fußhupe. Oder Fußhupe. Ich dachte, Teppichfeger heißt der. Ja, das ist der. Alle SS, ich bin in der Top-Kotz. Die Minion-Wave stoppen. Okay, ich würde gerne was warden. Welcome back, Akis. Danke, du spaßst, du kochst gerade an, hier war ich. Zur Aufklärung, die spaßend sind. Mein Name ist sonst schon. Das muss sein. Ciao, Frau Rock. Komplett außer Atem. Haben die mich fünf Kilometer rumgescheucht? Guck, für uns ist der geraten. Das ist aber gerade wie ein Weltmeister. Ich hilfe einfach wie kein Zweiter. Asthmatiker aufwinden. Sanitäter, wir brauchen hier ein Ding. Sauerstoffzelt. Atemlasten. Ganz ruhig. Ja, die sind hier vorne. Ja. In dem Busch da. Sie haben einfach gar nicht mehr klarkommen. Zehn Stunden. Okay, blitzig, Giovanni. Dann komm jetzt. Geht wieder? Ne, glaub nicht. Alles kitschig. Wenn Sean in Cocoon landet, dann... Dann gehen wir drauf. Jo. Ah, sehr. Wir waren auch fast. Okay. Unsere Bot geht. Ja, back, oder? Ja, geht back, einer. Äh, Bot. Ja, ich geh. Lass mir mal kurz Wölfe. Jo, ich geh dann top. Okay. Ich geh dann auf. Doch, rechts rum. Nur einer Bot. Ah, die geht. Ah, vielleicht kann ich questionen. Nein, dann. Ja, ich geh dann auf. Also, pass auf mit ihrer Ulti. Ja, ich kann die ihre Ulti. ihn der teppich verraten er hat er immer um die nenni die machen java noch ein oracle und läuft ja auch um und macht die warte kaputt die drecksau obwohl man ich brauche noch ich will kurz zurück die machen drake die machen drake die haben sie auch schon fast haben sie nicht gemacht doch die sind dabei okay dann wollen wir mal ein stückchen zurück gehen hier auf die lane soll man nicht einfach mal irgendeine lane pushen zwei bot ja wenn ihr könnt dann engage soll ich drauf fliegen wie drauf sind doch nur zwei oder ja ja wir wissen nicht wann die hochkommen jetzt wahrscheinlich ja ich schaue mal eben noch mal schnell bei den baron vorbei ja und versuch mal okay da ist ein wort ja Achtung schaue oben lang füßen ja Achtung ja die engelchen ab 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 um ein Garten fand nix machen soll da war es dann alter ja wir waren zu weit auseinander ne ich konnte nur meine Holzehnern machen da war ne scheiß Posi zum Feinden ja ja hab ja gesagt am besten in offenen Lanes ja die machen jetzt Barron na schade Lass hat keine Ulti ja Barron weg tschüss ja das läuft hervorragend Lass hast du Ulti wenn ich sag jetzt schießt er auf den Dings Red ok naja jetzt dann bist du spät ne hey warum danke mit Gut. Wir sind halt übel Squishy im Gegensatz zu denen. Wir sind Squishy. Ja. 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 Alleinemalschauen und Sichuanian nicht in die Taub. Jo. Weltklasse Wort. Jawoll. Hast wieder schöner nebengesetzt. Ja. Aber nicht gerade knapp. Ja. Wenn schon, denn schon. Als ich kann die Voice Sima klären. Die werden, kommen die nicht in die Taub? Nö. Ja. Aber du musst zu uns kommen. Ja. Genau durch. Genau. Ja. 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 Das ist trotzdem kacke. Ja. Weil immer irgendwie einer fehlt. Jo. Ja. Und von denen hat's nur Caitlyn gerissen. Oder noch irgendwen. Ja. Zwei für eins was, oder? Kacke. Oh. Ja. Die machen top. Ah, jetzt bedienen sie sich fröhlich in unserem Jungle. Die Schweine! So, sind jetzt alle ready? Nee, lief nicht da. Lieb? Bin da. Gut. Trage ich hab. Ja. Na. Hier wurden du aber weg und pass auf die Entwicklung gleich. Jan Kander, oder? Na... Na ja, ich bin ein Tamer. Äh... ja. 35. es ist da musste wird auch so treiben zu haben auch so durchsetzen und russes Lärchen von vierzig Sachen Achtung Achtung ja okay macht er nur kann tschüss Egal, go Go Lars, go Lars Catelyn lebt noch Ja, ich hab das so falsch Ah, die Z-Tron ist so tanky Ja Ja Enemy triple kill Die Unschau und sind evil tanky Wo wurde die fucking Catelyn denn so gefiedert? Haben wir die unten auf der Bot so gefiedert? Nein, die ist ganz Hier was? Ja, die Teamfighter hat die zweimal dreiviert bekommen Ja, klasse Die waren in der Landingfest, alle nicht gefiedert Ja Die haben halt einfach Dings jetzt schon an den Schauen und schon geil im Teamfight Ja, warum? Ja Der Jarvan geht auch pur auf Tank Okay Also haben die im Prinzip zwei fette Tanks Ja, dass der nur Hexdrinker gekauft hat Wegen Dings Wegen Laning Phase Gern Ja, ich würd gern Warden gehen Aber ich hab ein bisschen Schiss Lass sie mich dann sofort wieder haben? Hm Eine Minute Burn Okay Na, den sollten wir dann vielleicht sofort machen Ja Alle hin Schauen auf Bord Wie, wann kommt der genau? Wie in Sekunden? Okay Ja 45, 20 Also jetzt gleich Ja Alle hin Wir gehen noch kurz Mitte Aber geht ja schonmal Jarvan immer noch Bord Oder sollten wir jetzt in die Mitte gehen? Sollen wir in die Mitte? Sollen wir in die Mitte fighten? Ne Mach Baron Rush Baron einfach Jetzt ist er da Ja Naja, die kommen Ja, wenn die kommen, dann können wir die töten Kukun! Hab schon Ach shit, alter Ich trottel, ich hätte ja noch meine Ulti machen müssen Achtung, Sejuani und der andere leben noch Ja Ja Lars ist down Boah, die sind so scheiße Ding Ja Hau lieber ab da Wenn du irgendwie weg kommst Lauf! LOL Nein, Slash Ja Ja Das war besser Aber ja Ich glaub, die machen jetzt ein Ende, oder? Kein Zeug Cassio ist wieder da Lieber du so einen Bot zu klären Ja Okay Mhm Ne, ne weg Ja Ja Ja, ich mach ja mächtigen Schaden Dings Lee Kaufe Lian Trist du die Saisen Sledges Mal 10 Ich hab's gesehen Wollern und sonst schnull damit irgendwie an denen Das ist wie viel kostetes Die 300 Leben auch Magic Pen Ja 2.900 kostet das Ja, ich hab's gesehen Braucht nur auf Überraschung Kronter kommt zum Versuch und kräftete Ketschung Blitzkrankort Kürzer Mütter ich kann Kassel tüten und ich habe mich über ein paar der Kälte im Schulz um okay gehabt Maske hol sie dir Tiger ja der Storm of Nassau na was sieht wollte Clown der Eingriff naja unfassbar ich hab ja schon so viele Javan alleine da naja schwarzen der betet nur ich glaub der betet nun jetzt kriege dahinter getreckt lasst mir mal ein Krieger das so damit ist Alexi dank kann ich kann gleich m m m m m m m m Lars ist vollbild aber der Teppich Ferrari und die Fücher mit 270 Amor und 80 Mönchengrenz ungefähr 4.000 Leben an er hat es krass Chorun split push die dort ich habe keine ahnung ich muss das jetzt schon dings cocoon ja bin oft geld konnten wir machen Kulass Töte Blitz Lars Töte ihn gut für den auch noch gelten haben Achtung Kek und andere Richtung Töte ihn so lassen als Stadler es steigt Stadler auch wieder ja gut als ich gar nicht guter Tiger Gott sagt, war egal jetzt pushen ja klar PUSH Shit ey ich glaube das zögerts auch nur ein bisschen hinaus ne man kann immer noch gewinnen ich glaube an uns aber ich glaube an uns macht mich stolz nass du Bauer St Mh Mh Artikel könnte großen Ort kaufen Mh 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 es geht um die Führung auf Kirstow zu beobachten und nun er nicht wahr schon von Anfang an den Zoll auf Köln Akte wir müssen gehen die Beton bleibt am besten in der Böse Okay. Yeah. So. Na. Da, mal lieber hier. Oh. So. Deine Muramana nicht vergessen, gellas. Dort ist die Hand im Fight an. Echt nicht. Mhm. Fieder. Hm. Kann ich Topf haben, weil der ist ja schon voll. Ich kliere nur die Waves. Die sind mit der... auch Warte. Ja, die kommen, die kommen. Auf Cassie, auf Cassie, auf Cassie. Oh mein Gott. Es ist geslowt, die Hure. Caitlyn. Good job, Arcus. Sehr schön, 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 schön. Ja, ich hab keiner mehr an. Ja. Jawohl, ich hab Cassie. Good job. Bleib base, bleib base, bleib base. Ja, ich hab schon geflasht. Genett, 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 bleib base. Komm zurück. Wir brauchen erst wieder alle inhibitionen. Und... Ich hab keine Lunchbox schon gefallen. So, Schritt, okay, nächst mal wieder. Ach, ich... Mach mal weg. Ich schaue Lecker in der妳, in der Prüfung. Locker in der Arm. Locker in der Arm. Oh, Mann! ich habe meine ulti einfach drauf ich will mehr Topfarm Baron ist gleich wieder da, Baron ist jetzt da 3 von den zu noch tot kurz ja, wollen wir Baron rushen? können wir den kriegen? ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ich will nix riskieren eigentlich ja, die holen den eh gleich ja, trotzdem ich versuche mal von hinten ein Wort reinzustellen ich versuche nicht zu sterben ich will jetzt einfach ein Wort hin bitte kannst du mir kurz zwei Blue helfen? die sind aber Baron machen die? ja, Kate macht den Solo blitzcrank geht jetzt auch hin ja, die sind den Orakel, die haben das gar nicht benutzt ja, die sind egal schade äh, holt euch Elixiere äh, ich bin nicht voll ergriffen schon mal ein Zauberstab ich bin auch nicht mal voll ergriffen ja, das ist sehr klar ja, das ist sehr klar nur Pferde ja die Puschelmitte die, 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 die die, 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 die Nope der hat wieder GA ja der hat gepult gell Arne und so schaumt wird für die Tür gefolgt hattest kommt Röger wo er führt um ein Gott einer der Slauch los kriegte was auch wissen unsere BASE Alarab äh lauf mal mit der Lars, push mit der warte ich hol Allah, jetzt gewinnen wir die Fights, was ist das? bisschen schwer irgendwie aber wir können gut die BASE ich hatte Glück, dass die Sichuanige Deutschland schon, sondern mal geplant ich wollte einfach nur auf die Kate jumpen ja, ich hab sehr zu Ulti gedutscht, ich wollte auf die Kate jumpen und ich gerade in dem Moment, wo ich oben war die Setsu Ulti geflogen ja, das war geplant war geplant danke aber ich schaffte Kate Linne zum 1-1 und und er hat von der 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 auch hier jetzt hat sie in den und wir hatten wenn wir nicht alles scheiß in die Bitte und dann hätten könnten wir sogar pushen gehen Achtung, Gas, Garci das ist die Hoffnung ja das der Ort ist zurückschließend mit dem Kontrolle zu werden Lissandra muss sie vernichten hoffentlich kann ich nicht mehr so gut sind die Heile soll ja noch nie erler wie eine Million Gold nur für euch nur für euch im Video es gibt es ich weiß es nicht ah es ist der Quest wo die Krone gibt ich glaube dann kriege ich eine Krone wenn ich die Töte und wenn sie mich tötet kriegt sie eine Krone geil also wenn ich die Krone nicht bekomme dann Rage quitte ich will eine Prinzessin sein die steht mir bestimmt gut ja auf jeden Fall Achtung 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 geht wieder Base J4 mit kann Zeit ich muss meine Kipikler wegwerfen war auch wurde gegrabt das ist nicht gut Achtung J4 Gott sei Ahmad Budz-Germann Gott so gut so gut so gut so meine Herr ist Hans regiert stoppt den Kl travailler queb nach gegründet schön 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 sehr schön schön die Schnappte die Krone schnappst du dir Töte 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 Nein meine Krone Schnapp's euch Los Lissandra muss die Töten gar push 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 ihr könnt mit der Post nicht das aller Jungs ihr seid wenn dann haut drauf ich war alles geplant haben wollte es gefüllt werden Prediction Jungs Mertler hat mir gesagt wann man gekürt wird in der Base und das hat jetzt ausgenutzt naja schild mich nee drei Sekunden ready alle Jungs ist eine gute Munking die Dings und jetzt wenn wir das gewinnen dann krassig 3 Sekunden ihr müsst den Inhibitor holen Nein bleibt am Leben hier wohl dein Muramana A-H-Shack-T Inhibitor 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 in batele in Inhibitor Inhibitor Geht Weg danach geht weg danach Geht weg Danach Geht schon weg Vossel Geht schon weg Vossel jetzt Back 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 zog jetzt sind unsere Minions auch so stark wie ich denen ihre das sehr gut ihr willst das allein machen Alter Du bist so ein Schwein Scharnalla Ja, muss doch nicht sein. Das war Siegesgeschrei, Siegesgeschrei. Ach der Scheiße, das Game. Oh Gott, ey. 60 Minuten im Game. Ja, viel Spaß beim Rendern, ne? Ja, und da ist Action. Viel Spaß beim Rendern, scheiße. Ja, das wird echt ein Spaß. Lieben Legend Teamfight kriegst du die Kronen und wir gewinnen, okay? Jawoll. Ich setze dir dann auf. Achtung, ihr müsst top helfen, top. Ja, top, 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 top. Scheiße. Ab Mannic, nein. Egal, 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 go. Die haben keine Spells mehr. Ab, ja. In der Nocturne musst du reinkommen. Go, 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 go. Go, Nocturne. Jawoll, nice. Nice, Jungs, nice, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die, wusch deine Kronen. Lieh deine Kronen nicht da. Ja, ich hab die Kronen. Ich hab sie getötet. Ja, du hast die Kronen. Ich hab gesagt, ich setze dir auf, Junge. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ohne. Ich benenne dich gleich im Prinzess um. Sollen wir pushen? Prinzess X-Rayken. Pushen? 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 Ja, jetzt zwei pushen. Ich muss die... Inhibiton dürfen. Wenn wir das noch gewinnen, müssen wir alle schreiben, Account bei Ebay gekauft, okay? Ja, Mann. Ja, mach's dir. Mach's dir. Das nimm ich doch mit. Wir schreiben dann die Power auf. Montage. Und... Ja, Mann. Ja, Mann. Power... Power bei Ebay. Komm, 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 komm. Komm! Hallo. Weiß ich, ne zwei Tage. Wenn's geht, oder macht bisschen Damage. Macht oben den. Ja. Ja, lieber einen in die Kanzel. Was mich trägt, du mich verstaunt. Ich mach unten wie. Ich mach unten wie. Fürst die... Fürst die... Fürst die... Acht Sekunden sind Joani wieder da. Geht lieber back. Geht lieber back. Akif, geh. Geh, Akif, geh. Okay. Back. Ja, ich glaub mir, ich elixiere mich. Ach so, ja, ich kann nicht, wenn ich... Scheiße, wir müssen hier attackieren. Ich versprochen, ich setze dir auf, Junge. Bringt die irgendwas, Lee? Was bringt die? Nice. Die bringt super Powerkräfte. Was bestellt. No one is strong enough to stop the center of the rise of the ice. Born is at hand. Baron, ich... Ich denk, wir müssen fighten. Mh, ich bin ja voll Equip, oder? Du musst ja nicht bei. Warte, ich muss back. Elixiere. Ich muss aber, ich verkauf mein Zottel. Ja, okay, ne, dann kann man nicht. Dann haben die Baron. Ja, wir können das auch jetzt viel machen. Das ist egal. Ne, ne, ich hab den Worte da. Ich kann Water hinstellen. Ich kann Water hinstellen. Nein, 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 nein. Unser Brüß auf, die holen unser Brüß auf. Ah, okay. Die haben jetzt schon Baron. Zweit GAs in den ihren Team. Oh, Setsu hat. Ja, die haben dann bekommen, die kommen. Ja, scheißegal. Oh, holy shit, wie schnell die Lüchte. Sure, Leisende. Wir müssen fighten. Ja. Setsuani ist mit. er ich hatte die Uhr Blitzer Banschies nimmer das bleibt nicht gehen zu weit vor, mach einfach deine Kuh, wenns geht nur wir rein 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 steig, 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 steig steig, 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 okay, okay, hier geht ihr, geht ihr drauf, ich kill dich mit der wir, wir finischen, wir finischen we own it oh mein Gott ebay oh mein Gott ebay oh mein Gott ebay 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 sag ich dazu nur ebay ebay kratz dich ab, ebay alter Schwede ebay 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 ebay